so leute jetzt sind wir zurück endlich wieder zu hause angekommen nach einer langen tour und wie ihr seht fette ausbeute gemacht ich würde mal sagen ich nenne ein paar also die wichtigsten sachen wo wir uns besonders drüber gefreut haben hier besonders hier gleich am anfang double deck red bekommen für 18,99 richtig guter preis hier auch die kleinen batterien von explode also 3 euro 2,99 mega guter preis dann gehen wir weiter viermal die beastmaster richtig fett die haben wir dieses jahr wieder mitgenommen weil sie uns echt so überzeugt hat dann hier mr heidt auch mega überraschend dass wir die bekommen haben gedacht bei uns gibt es hier nicht die volt von penny dann hier das fire event retro collection 1960er börder auch richtig geil dass wir bekommen haben dreimal die ionic für mir die absolute lieblingsbatterie im discounter galaxy ist wieder dabei roter kursar auch wieder sechs euro mega gut gewesen bloody mary absolut top sogar diese 1 euro billiger gewesen dann hier rocket world groß raketen set von nico 20 euro auch richtig gut und zwar sogar noch ein spontaner einkauf also das war eigentlich auch der grund warum wir warum wir dann eigentlich letztendlich nicht zu norma sind weil wir haben auch noch einiges an resten zumindest an raketen da und deswegen sind dass diese nicht so viele raketen geworden ich meine da unten ist zwar auch noch das arena aber das hat auch ein raketen set das lassen sich die power puros natürlich nicht nehmen das geht nicht nehmen ja leute es ist einfach krass hier genau hier haben auch noch das thundercom power pack aber letztes jahr im jahr wohl nicht bekommen dieses jahr waren wir eigentlich fast später würde ich sagen aber trotzdem haben wir es noch bekommen haben wir gleich dreimal mitgenommen ja hier xp3 auch richtig geil hatten wir auch noch nie zum testen ja sehr geil also ich würde sagen ja leute ich würde sagen das war es mit unserem einkauf in unserer einkaufstour es hat richtig viel spaß gemacht wir haben wieder viele sachen bekommen paar sachen haben wir leider nicht bekommen dafür haben wir auch ein paar sachen bekommen die jetzt gar nicht auf dem plan standen ja ich kann mich meinem kollegen nur anschließen also ich bin mit der ausbeute auch mehr als zufrieden es ist einfach fett was wir alles bekommen haben und ja ich glaube da lässt sich einiges mit anfangen mit dem feuerwerk unsere online bestellungen trudeln nach und nach ein die ersten drei pakete sind schon da da kommt dann hoffentlich dann doch noch einiges mehr und ja wir hoffen auch ihr habt alles bei eurer einkaufstour bekommen was ihr euch vorgenommen habt genau seid zufrieden mit eurer ausbeute ja wie gesagt schickt uns auch gerne mal eure sachen zu wir sind immer sehr interessiert daran was auch andere pyros sich so kaufen und so weiter schreibt in die kommentare auch was euch am besten gefällt von unserer bestellung oder was ihr anders gemacht hättet wie auch immer interessiert uns auch immer interessant zu wissen wer was bevorzugt oder was noch besser geht also viele koobies natürlich verschieden genau also ich würde sagen wir labern jetzt nicht mehr lang rum ich wünsche euch auf jeden fall guten guten rutsches neujahr und lasst ordentlich krachen ich hoffe ihr seid einfach gehypt also ich kann nicht ich kann nicht mehr sagen mir fehlen einfach jetzt die worte ja wir sind auch mega gehypt ja das ist krass geil einfach genau leute haut rein bis zum nächsten mal ciao